Vielen Dank, Frau Kollegin Kula. – Nächster Redner für die Fraktion der Christdemokraten ist der Kollege Armin Schwarz. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Ich freue mich, dass wir dieses Thema heute Morgen besprechen. Ich bin, ehrlich gesagt, etwas enttäuscht darüber, was Sie hier geboten haben. Denn ich war davon ausgegangen, dass Sie einmal Konzepte, Alternativen zu dem vorlegen, was wir machen. Da habe ich nichts gehört. Dass Sie einmal eigene Ideen entwickeln, außer abzuschreiben oder zu bestätigen, beispielsweise bei uns aus dem Koalitionsvertrag mit den Stipendien für Mangelfächer oder zu sagen, na ja, es könnte noch ein Scheibchen mehr sein. Aber da kommt leider nichts. Das ist eine Enttäuschung. Beeindruckt hat mich allerdings der Kollege Promny. Das will ich dann schon einmal sagen. Er war zwischendurch zwischen Emanuel Kant und Heraklit. Das war schon eine Dimension. Wir kennen uns. Ich hatte Ihnen zugetraut, aber nicht jeder hat das möglicherweise in dieser Klarheit erwartet, dass Sie diese philosophischen Ansätze tatsächlich fahren. Also Respekt und Anerkennung. Jetzt wollen wir einmal zur Sache reden. Herr Kollege Promny, trotz allem Lobs haben Sie auch wenig gesagt, außer die Tatsache, dass die gemeinsame Zeit auch mit Unterstützung von FDP-Ministerinnen ganz erfolgreich war. Danach haben wir aber sehr erfolgreich weitergemacht. Das werde ich Ihnen jetzt auch zeigen. Herr Präsident, wenn ich darf, möchte ich Ihnen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, einmal eine Statistik zeigen, denn wir können dokumentieren, wie die Akten- und Faktenlage tatsächlich ist. Deswegen sagen Bilder ja gelegentlich viel mehr als viele, viele Worte. So sieht die Situation aus. Herr Präsident, ich zeige das hier einmal hoch. Das ist so eine schöne Statistik. Was sehen wir hier? Was sehen wir hier? Wir sehen, dann erkläre ich es Ihnen für Sie zum Mitschreiben. Die rote Linie sind die Schülerinnen und Schüler im Jahr 1999. Das sind die Zahlen heute. Das bedeutet, wir haben 80.000 Schüler weniger. Wir kommen von 840 und liegen jetzt bei 759. und wir hatten im Jahr 1999 43.800 Stellen. Heute liegen wir bei 54.700. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD, Freie Demokraten und DIE LINKE Weil hier viel erzählt wird, viel von Meinung geprägt ist, aber von wenig Ahnung. Ahnung ist immer faktenbasiert. Herr Kollege Degen, Sie sind doch Mathematiker. Jetzt schauen wir einmal, wie die Schüler-Lehrer-Relation war. Da lagen wir bei 19,2 Schüler, also auf einen Lehrer, 19,2 Schüler. Heute liegen wir bei einem Lehrer 13,9 Schüler. Also, so kleine Klassen im Querschnitt wie heute hatten wir noch nie. Da sind wir stolz auf, meine Damen und Herren. Damit wir das gerade einmal weggeräumt haben, Herr Kollege Promse, das müssen Sie sich jetzt gerade noch einmal abholen. Nachdem die FDP-Ministerinnen nicht mehr das Kultusministerium angeführt haben, aber der Kollege Lorz in seiner Weisheit und Klugheit mit unserer Unterstützung hat über 5.000 zusätzliche Lehrer obendrauf gelegt. Lieber Herr Minister, das haben wir gerne gemeinsam gemacht, für guten Unterricht an den hessischen Schulen und Schulen, meine Damen und Herren. Damit es auch klar ist, Planungssicherheit ist wichtig, und deswegen geht es auch um Konzepte. Jetzt einmal ganz im Ganzen, meine Damen und Herren. Die Frage ist doch, was passiert bei kurzfristigem Ausfall eines Lehrers? Da muss man doch auch nicht jetzt irgendwo so kleinreden. Natürlich kann einmal ein Lehrer ein Schnupfen bekommen. Natürlich gibt es kurzfristige Erkrankungen. Deswegen wird dann vor Ort mit der verlässlichen Schule ein eigenes Budget vorgehalten, wo externe Lehrer zur Verfügung gestellt werden. Herr Kollege Degen, ich glaube, den sollte man schon Respekt zollen für Ihre Arbeit, die Sie leisten. Ich finde es nicht in Ordnung, diese zu diskreditieren, meine Damen und Herren. Langfristige Konzepte? Ja, natürlich. Wir haben von vornherein gesagt, wenn jemand ausfällt, und das dauert länger als zwei Monate, dann braucht es bedarfsorientiert seitens der Staatlichen Schulämter die Unterstützung. Dafür haben wir 300 verbeamtete Lehrkräfte in der mobilen Vertretungsreserve, die wir dann punktuell genau zu den Schulen schicken, damit sie dort den längerfristigen Vertretungsunterricht geben können. Das funktioniert auch gut. Ich gebe allerdings an dieser Stelle recht. Aus der Vertretungsreserve haben wir momentan einige in den Regeln zu Ordnung, damit meine ich die Zuordnung, zu den einzelnen Schulen und Schulen geschickt. Denen ist es natürlich wichtig, frei werdende Stellen unverzüglich zu besetzen. Also, die Vertretungsreserve, die mobile, die gilt es wieder ganz aufzustocken. Das gehört auch zur Klarheit dazu. Daher machen wir auch kein Geheimnis daraus, meine sehr geehrten Damen und Herren. Jetzt will ich aber noch eines wegräumen. Frau Kollegin Kula, wir haben darüber gesprochen, wie der Bedarf in der Mittelfrist und wie der Bedarf in der längeren Frist ist. Wir haben die Ausbildungskapazitäten, Studienplätze, erste Phase kontinuierlich hochgefahren, jetzt zum neuen Wintersemester, auch wieder 135 neue Ausbildungsplätze in Kassel, Gießen und Frankfurt geschaffen. Gleiches trifft auf die Ausbildungskapazität, die zweite Phase, Lehrer im Vorbereitungsdienst. Wenn Sie jetzt Ihre Hochrechnung machen, auf eine Studie sich beziehen, die von Ihnen kommt, Sie aber offensichtlich selber nicht verstanden haben, das erschüttert mich dann schon. Sie reden hier von einem zusätzlichen Bedarf von 26.000 Lehrkräften. Das war sehr im Ernst. Auch dort hilft es, wieder einmal hinzuschauen, wie viele Lehrer wir pro Jahr ausbilden. Das liegt zwischen 2007 und 2800. Sie wollen bis 2030 26.000 Lehrer haben. Das heißt im Klartext, wir haben mehr als 26.000 Lehrerinnen und Lehrer bis ins Jahr 2030 geschaffen. Das ist schlicht und ergreifend die Logik von Mathematik. Ich kann mich dieser Grundrechenart nicht verschließen. Na ja, gut, dann rechnen wir nachher einmal gemeinsam. Dann kommen wir sicherlich auf das richtige Ergebnis. Meine Damen und Herren, jetzt reden wir in den verbleibenden Minuten noch einmal über die Umfrage des Landeselternbeirats. Ja, es waren 947 Teilnehmer. Interessanterweise waren 506 davon Eltern und über 300 davon waren anonym. Es gab vier Teilnehmer, Schüler, Eltern, Lehrer und Anonyme. Obwohl die Teilnehmerkohorten völlig unterschiedlich waren, sind jeweils die Ergebnisse zu 25 % eingeflossen. Deswegen kann man die Validität zumindest einmal darüber nachdenken, ob der Erhebungszeitraum, nämlich in der Prüfungszeit im Frühjahr eines Jahres und in der Zeit, wenn die Studienfahrten stattfinden, tatsächlich auf das Jahr gerechnet repräsentativ ist. Einiges bleibt unklar. Unklar ist auch beispielsweise, dass auf eine Frage, wie viele Unterrichtsstunden durch Fachunterricht einer anderen Lehrkraft ersetzt werden. Die Lehrer sagen über 32, die Eltern sagen 16. Das sind Fragen über Fragen, die ich jetzt nicht beantworten kann, was aber nicht meine Aufgabe ist. Ich will nur feststellen, dass die Situation zumindest dadurch nicht erklärt wird. Jetzt kommen wir abschließend auf ein paar Dinge. Ich zitiere, Herr Kollege Degen, Ihr Wunsch nach Dokumentation. Sie sagen in einem Interview, Beispiele aus anderen Bundesländern zeigen, dass die von uns geforderte Dokumentation kein Ding der Unmöglichkeit ist. Beifall SPD und Freie Demokraten und Freie Demokraten und Freie Demokraten Dann schauen wir doch einmal in die Nachbarschaft Rheinland-Pfalz, wie sich die Situation darstellt. Zunächst einmal stellen wir fest, dass in Rheinland-Pfalz 99 % Lehrer vorgehalten werden, also im geplanter Unterrichtsausfall schon einmal von 1 %. Ich erinnere, wir liegen bei 105 %. Des Weiteren zu der Fragestellung, wie wir mit der Dokumentation von Vertretungsunterricht und Ausfall gehen, sagt die Frau Staatsministerin Stefanie Hubig Folgendes. Das steht auf der Homepage. Ich kann sich erinnern, also für alle zum Mitschreiben SPD. Natürlich wissen wir, dass die Zahlen zur strukturellen Unterrichtsversorgung nicht den temporären Ausfall von Unterricht umfassen, der durch kurzfristige Ausfälle von Lehrerinnen und Lehrern, etwa durch Erkrankung, Schwangerschaft oder Erziehungszeit, verursacht wird. Mit einem Soll-Ist-Verhältnis von 99,1 % erreichen die eingebeinbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr damit eine sehr ordentliche strukturelle Unterrichtsversorgung. Lieber Herr Kollege Schwarz, Ihre Zeit ist bedauerlicherweise um. Herr Präsident, ich komme sofort zum Ende. Ein letzter Satz sei mir gestattet. Ich fasse zusammen. Strukturell geplanter Unterrichtsausfall bei Ihren Freunden in Rheinland-Pfalz. Dokumentation gleich Null. Die Fragestellung der Belastung durch zusätzliche Statistiken konnte ich jetzt leider nicht mehr ausführlich erklären. Hessen ist auf einem erfolgreichen Weg. Hessen macht erfolgreich weiter. Hessen stellt weiter zusätzliche Lehrer zur Verfügung. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und einen fröhlichen Tag. Vielen Dank, Herr Kollege Schwarz. – Jetzt darf ich für die Landesregierung Herrn Staatsminister Prof. Lorz das Wort erteilen. Herr Kollege Rudolph, da kommen wir gleich noch darauf, Herr Kollege Rudolph, keine Sorge. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Gewährleistung von Unterricht, vor allem das nach der Stundentafel zu erteilen, ist die vornehmste politische Aufgabe des Kultusministeriums. Darüber kann es keinen Zweifel geben. Deswegen nehme ich auch jeden Hinweis und jede Beschwerde über Unterrichtsausfall sehr ernst. Aber, meine Damen und Herren, die Art und Weise, wie Sie das Thema angehen, ist nichts weiter als der durchsichtige Versuch, das einzige bildungspolitische Thema, mit dem Sie letztes Jahr im Wahlkampf glaubten, Punkte machen zu können, nämlich die Nicht-Existenz bestimmter Statistiken. Um nichts anderes geht es hier, noch so lange wie möglich auszuschlagen. Ich will Ihnen zeigen, wie eine ernsthafte an der Sache orientierte Herangehensweise an diese Problematik aussieht. Dazu muss man nämlich als Erstes zwei Dinge auseinanderhalten. Einmal die Unterrichtsabdeckung oder – ich bedanke mich für die Vorlage vom Kollegen Schwarz, dass ich die Kollegin aus Rheinland-Pfalz zitieren kann – die strukturelle Unterrichtsversorgung, also die Frage, ob genug Lehrer da sind, um den Unterricht zu halten, und zum anderen die Vertretungsfälle, also die Frage, was passiert, wenn die etatmäßige Lehrkraft in einer konkreten Stunde nicht zur Verfügung steht. Hier würde ich mir einmal mehr Ehrlichkeit von der Opposition wünschen, diese beiden Kategorien nicht ständig zu vermengen. Meine Damen und Herren, wir gewährleisten trotz der angespannten Situation auf dem Lehrerarbeitsmarkt – dazu komme ich noch, das ist eine große Leistung unserer Bildungsverwaltung und unserer Schulen – an den allgemeinbildenden Schulen nach wie vor eine hundertprozentige Unterrichtsabdeckung, und zwar nicht nur im Soll – da liegen wir sowieso wesentlich höher, das wissen Sie –, sondern auch im Ist. Das heißt, der nach der Stundentafel zu erteilende Unterricht ist vollumfänglich abgedeckt. Natürlich gibt es bei fast 2.000 Schulen gerade zum Schuljahresbeginn immer einmal den einen oder anderen Fall, wo kurzfristig jemand abspringt oder sonst wie ausfällt. Das sind auch die Fälle, um die sich dann unsere Schulämter mit höchster Priorität kümmern, damit der vorgeschriebene Grundunterricht gehalten werden kann. Eigentlich wollte ich jetzt an dieser Stelle sagen, wenn Sie wieder erwarten, einen Fall kennen, der unseren Schulämtern bisher durch die Lappen gegangen ist, was diese Unterrichtsabdeckung anbetrifft, dann nennen Sie ihn, dann kümmern wir uns darum. Sie kennen aber keinen. Das habe ich eben feststellen dürfen. Ich habe Ihnen nämlich sehr genau zugehört, Herr Kollege Degen. Ich habe Ihnen sehr genau zugehört, und auch dem Kollegen Promny. Gerade Sie, lieber Herr Degen, sind normalerweise immer sehr gut, was Beispiele aus der Praxis anbetrifft. Alle Beispiele, die Sie heute hier gebracht haben, beziehen sich ausschließlich auf Vertretungsfälle. Wir reden von Erkrankungen von existierenden Lehrkräften. Wir reden von Elternzeit von existierenden Lehrkräften. Wir reden von Konferenzen, die normal zum Schulbetrieb notwendig dazugehören. Wir reden von Fortbildungen, die Sie sonst bei jeder Gelegenheit noch in viel größerem Ausmaß einfordern. Das sind alles Dinge, die zur Schule denknotwendig dazugehören. Erkrankungen natürlich auch, wie in jedem Beruf. Das lässt sich einfach nicht wegreden. Das heißt, es geht ausschließlich um die Frage, nicht um Abdeckung, nicht um strukturelle Unterrichtsversorgung. Es geht um die Frage, wie ich mit den unvermeidlich anfällenden Vertretungsfällen umgehe. Darüber kann man reden, darüber muss man auch reden, und das will ich auch gerne tun. Denn auch dafür gibt es eine Grundregel, und zwar, meine Damen und Herren, dass, wenn wir uns erst einmal mit den planbaren Anlässen für Vertretungsunterricht beschäftigen, so weit wie möglich vermieden werden soll. Ich habe auch keinen Anlass, zu glauben, dass diese Regel an einer unserer Schulen nicht beachtet würde, wenn Sie andere Informationen haben. Lassen Sie es uns wissen. Gehen wir dem nach. Aber, meine Damen und Herren, jetzt kommt wieder der Punkt, wo ich mir von der Opposition mehr Ehrlichkeit wünschen würde. Viele dieser Fälle lassen sich nicht nur nicht vermeiden, sondern die wollen wir nicht einmal vermeiden. Was ist denn mit Klassenfahrten, mit Wandertagen, mit Exkursionen, mit Projektwochen, mit Betriebspraktika? Wir diskutieren jedoch oft über Berufsorientierung. Wir finden das ganz toll. Wir kommen im Kontext der Digitalisierung gleich noch darauf. Technisch gesehen produzieren alle diese Dinge Unterrichtsausfall. Ich habe letzte Woche hier in Wiesbaden in der Leibniz-Schule die Ausstellungen der Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur zu 30 Jahren Mauerfall eröffnet, gemeinsam mit Rainer Eppelmann. Er hat 100 Schülerinnen und Schüler aus seinem Leben unter der Diktatur erzählt. Das war hochspannend. Das war natürlich vormittags während der Unterrichtszeit. Wenn ich hier so auf die Tribüne schaue, und Herr Kollege Degen hat es ja selber angesprochen, dann sitzen hier auch regelmäßig Schulklassen, die sich im Zuge politischer Bildung unsere Debatten anhören, die ansonsten natürlich am Mittwochvormittag im regulären Unterricht sitzen würden. Jetzt stelle ich die Frage, meine Damen und Herren, soll das alles wirklich nicht mehr stattfinden? Wenn es aber weiter stattfinden soll, wenn es nicht schlimm ist, dass dafür Unterricht ausfällt, was bringt es dann, das zu dokumentieren? Glauben Sie etwa, dass Schulen diese Gelegenheiten zur Unterrichtsvermeidung missbrauchen? Oder fordern Sie, dass das anderweitig nachgeholt werden soll, vielleicht mit zusätzlichem Nachmittagsunterricht? Oder sollen wir den Samstagsunterricht für diese Zwecke wieder einführen? Das sind doch die Fragen, die beantwortet werden müssen, meine Damen und Herren, und zwar bevor man dafür irgendeine Statistik aufsetzt. Dazu würde ich von der Opposition gerne etwas hören. Dann kommen wir jetzt zu den unplanbaren Vertretungsfällen, also typischerweise zu Erkrankungen von Lehrkräften. Dafür, meine Damen und Herren, muss jede Schule ein Vertretungskonzept haben. Ich habe erneut keinen Anlass, zu glauben, dass es irgendwo nicht existiert oder nicht unseren allgemeinen Vorgaben entsprechen. Diese Vorgaben, meine Damen und Herren, sind völlig transparent. Die Leitlinien, die das Kultusministerium dazu herausgegeben hat, sind wir übrigens auch gerade dabei, die zu überarbeiten. Jedes Vertretungskonzept muss mit den schulischen Gremien abgestimmt sein, das heißt insbesondere auch mit dem Elternbeirat vor Ort, und kann damit natürlich auch überall nachgelesen. Diese Vertretungskonzepte sind ein hochkomplexes Regelwerk, weil Sie alle möglichen Situationen in den Blick nehmen, die Sie tagtäglich an jeder Schule auftreten können. Das ist nichts Neues, das hat auch nichts mit Lehrermangel zu tun, sondern das gehört eben, wie die Fälle von Erkrankungen, Elternzeit, Fortbildungen, Konferenzen usw. zum Schulbetrieb einfach unvermeidlich dazu. Dafür gibt es vielfach interne Vertretungsregelungen. Das ist besonders bei kurzfristigen Ausfällen auch gar nicht anders machbar. Wenn morgens um sieben die Lehrerin anruft, dass sie krank ist, dann kann nur ein Kollege von der Schule selber einspringen. Das lässt sich gar nicht anders organisieren. Dann gibt es die verlässliche Schule, die wir erst eingeführt haben. Dann werden natürlich bei längerfristigen Abwesenheiten TVH-Verträge geschlossen, mit denen zusätzliche Kräfte an die Schulen gebracht werden. Meine Damen und Herren, wir haben die weitreichendsten Regelungen zum Vertretungsunterricht, die es jemals in Hessen gab. Wir wenden dafür auch jedes Jahr über 200 Millionen € auf, nur für diese Gewährleistung von Vertretungskräften. Es ist doch ein Treppenwitz, dass ausgerechnet die SPD, die in ihrer Regierungszeit es nicht einmal geschafft hat, die Unterrichtsabdeckung auch nur annähernd zu gewährleisten, sich jetzt darüber beklagt, es gebe zu wenig Vertretungsunterricht. Beifall CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf Dr. Ulrich Wilken Aber natürlich… Ich merke schon, ich löse hier eine spannende historische Debatte aus. Das ist bestimmt auch ein Beitrag zur politischen Bildung, gerade für die jungen Menschen, die hier oben auf der Tribüne sitzen. Herr Staatsminister, ich war unaufmerksam. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Was ist passiert? Alles in Ordnung? Gut. Herr Staatsminister, dann haben Sie selbstverständlich weiter das Wort, Herr Staatsminister. Ich wollte eigentlich einen Satz sagen, den der Kollege Rudolph jetzt gleich vor Begeisterung auf den Tisch bringen wird. Herr Rudolph, natürlich wird diese Vertretungskonzepte, von denen ich eben gesprochen habe, in bestimmten Konstellationen auch vorsehen, den Unterricht entfallen zu lassen. Natürlich ist das ein Bestandteil. Es hat doch auch jeder von uns in seiner eigenen Schulzeit erlebt, dass, wenn der Lehrer krank war, Unterricht ausfällt. Das folgt eben diesen Regeln der Konzepte, aber das ist natürlich nicht von vornherein ausgeschlossen. Ich bin jederzeit, nicht nur in diesem Haus, gesprächsbereit darüber, ob an diesen Regeln, wie man mit solchen kurzfristigen Ausfällen umgeht, etwas geändert werden sollte. Wir haben dazu die Landesschülervertretung nach ihrer Aktion vom letzten Jahr zu solchen Gesprächen eingeladen, und den Landeselternbeirat auch. Ich möchte mit diesen Gremien zusammen erarbeiten. Jetzt zitiere ich den Landeselternbeirat aus der Umfrage, von der hier schon mehrfach die Rede war, um ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln und festzulegen, wann ein Unterricht als ausgefallen gilt. Ich gebe Ihnen auch ein Beispiel dafür, damit das nicht so abstrakt bleibt. Erkrankungen von Lehrkräften in der gymnasialen Oberstufe werden, wenn sie kurzfristig sind, typischerweise durch ein angeleitetes Selbststudium der Schülerinnen und Schüler aufgefallen. Das hat auch nichts Neues, auch nichts mit irgendeinem Lehrermangel zu tun, sondern haben wir es schon immer so gemacht. Darüber kann man diskutieren. Ich habe dazu auch eine Meinung, die natürlich mit meiner beruflichen Herkunft zu tun hat. Ein universitäres Studium in Deutschland ist wesentlich Selbstorganisation. Wenn wir das noch ernst meinen, unseren Anspruch an das Abitur, dass unsere Abiturienten studierfähig sind und dass die Oberstufe wissenschaftspräbedeutische Vorbereitungsarbeit leistet, dann muss ein Oberstufenschüler auch in der Lage sein, sich einmal eine Stunde selbst zu erarbeiten. Wenn wir das nicht mehr glauben, dann brauchen wir Diskussionen über die Studierfähigkeit nicht mehr zu fassen. Herr Staatsminister, nur kurz den Hinweis, die mit den Fraktionen vereinbarte Redezeit läuft so langsam aus, aber Sie sind in der Wahl Ihrer Redezeit frei. Danke, Herr Präsident. Aber dann werden wir die Debatte über die Lehrerversorgung auf einen anderen Tag verschieben oder dort weiterführen, weil das in der Tat noch einmal eine ganz eigene Debatte rechtfertigt. Das heißt, ich bleibe noch einmal bei den Vertretungskonzepten. Ich lasse über alles mit mir reden. Aber, wie gesagt, dafür wünsche ich mir von der Opposition in diesem Hause auch mehr Ehrlichkeit. Wir müssen die Kategorien sauber definieren, vor allem das, was wir an Unterrichtsausfall vermeiden wollen. Wenn wir diese Kategorien sauber definiert haben, dafür gibt es, wie gesagt, die Gesprächseinladungen auch an die entsprechenden Gremien, dann verspreche ich Ihnen dazu auch die Statistik, weil dann kann man nämlich auch etwas damit anfangen. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister Prof. Lorz. – Zu einer zweiten Runde hat sich der Kollege Degen gemeldet. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich stelle fest, dass leider wieder keine konkreten Zahlen analog zu anderen Ländern genannt wurden. Ich stelle außerdem fest, dass hier die Landesschülervertretung und den Landeselternbeirat einfach nicht ernst genommen werden, weil die Zahlen geliefert haben. Herr Staatsminister, Sie haben mich angesprochen. Ich will Ihnen gleich noch etwas vorlesen. Das ist aus dem Staatlichen Schulamt des Main-Kinzig-Kreises. Sie wissen, ich komme daher. Da hat mir eine Kollegin einer Grundschule, die ein Sabbatjahr beantragt hat. Das wurde hier abgelehnt, unter anderem mit der Begründung. Das heißt hier, dem stehen zum jetzigen Zeitpunkt – es geht um 18 Referendare, die kommen – 32 zu besetzende Stellen im Grundschulbereich gegenüber, was im Zitat aktuell zu einem nicht abzudeckenden Unterrichtsbedarf im Umfang von 14 Stellen und mit den 399 wöchentlichen Unterrichtsstunden im Grundschulbereich und im Aufsichtsbereich führt. Meine Damen und Herren, die Schulämter sind ehrlicher als das eigene Ministerium. Es gibt auch zahlreiche weitere Beispiele. Ich habe hier oft genug schon welche genannt, auch hier gerade. Das war in der Rundschau am 10.09. Bericht – das kann ich sagen, weil es hier steht – über die Anne-Frank-Schule in Offenbach, wo die Schulleiterin sagt, von den 16 Planstellen ist eine zurzeit überhaupt nicht besetzt, und die Verbleibenden teilen sich insgesamt 24 Lehrkräfte, wovon sieben keine ausgebildeten Lehrer sind. Es gibt genug Beispiele, die darlegen, dass es ein Riesenproblem mit der Lehrerversorgung gibt. Herr Kollege May, ich bin der Letzte, der irgendeinem einen Vorwurf an den Schulen macht, weder den Schulleitungen noch den Menschen, die am Ende auf so einen TVH-Vertrag gehen, dass da Menschen sind, die nun einmal keine pädagogische Ausbildung haben. Die verwalten den Mangel. Die müssen irgendwie schauen, dass die Kinder nicht über Tische und Bänke gehen. Dann greift man auch zu Mitteln und Leuten, die nun einmal nicht ausgebildet sind, eine Lehramtsausbildung abgebrochen haben, wie auch immer. Denen mache ich keinen Vorwurf. Denen Vorwurf mache ich der Landesregierung, dass sie jahrelang geschlafen hat, ausreichend Lehrkräfte auszubilden und einfach nicht in die Gäcke gekommen ist. Auch jetzt greifen die Weiterbildungsprogramme nicht, weil sie nicht attraktiv sind. Das ist das Problem. Das hat am Ende auch etwas mit Chancengleichheit zu tun. Wenn Sie sich die Beispiele anschauen, dann ist da der Lehrermangel am größten und der fachfremde Unterricht am größten, wo einfach die schwierigsten Bedingungen sind und die Kids sind, die es am schwersten haben. Das muss sich ändern, weil wir brauchen gleiche Bildungschancen für alle und gute Lehrer überall. Herr Kollege May, Sie haben die Aufgabenstellung heute nicht verstanden. Es geht hier darum, erst einmal klarzumachen, dass wir überhaupt zahlen wollen, um Konzepte zu entwickeln. Wir haben auch einiges angesprochen. Aber solange ich doch gar nicht weiß, wie viel Unterricht wirklich ausfällt, das muss die Landesregierung liefern. Das ist unsere Kernforderung. Es geht heute um Transparenz. Solange das nicht da ist, kann ich doch den Rest gar nicht ordentlich auf den Weg bringen. Ein Ansatz, der es im Antrag deutlich vermerkt, ist eben, die mobile Vertretungsreserve auszubauen, die zumindest Stand Ende letzten Schuljahres nur zur Hälfte überhaupt besetzt war. Rheinland-Pfalz wurde genannt. Die haben deutlich weniger Schüler als wir. Die haben aber mindestens drei- oder viermal so viele Menschen in ihrer Vertretungsreserve als Hessen, meine Damen und Herren. Es geht also anders, dafür zu sorgen, dass weniger Unterricht ausfällt. Ich will mich gar nicht auf diese Zahlen einlassen, aber es gibt Bundesländer, die wenigstens ehrlich sind. Auch da ist nicht alles perfekt, aber die sind wenigstens ehrlich. Darüber kann man reden und hat eine Grundlage. Darum geht es heute, solch eine Grundlage für Hessen zu haben. Auch wenn Berlin genannt wird, bin ich auch nicht glücklich darüber, dass da so viele Menschen eingestellt werden, die eben nicht voll ausgebildet sind. Aber die haben erst einmal Weiterbildungsprogramme, die haben eine Grundqualifizierung für Fachfremde, und die machen vielleicht den Fehler in ihrer Wahrnehmung, dass sie die Leute einstellen. In Hessen werden die Leute nicht eingestellt. Sie bekommen einfach TVH-Verträge auf fünf Jahre, werden fünf Jahre lang im Grunde ausgenutzt zu unterrichten, werden dann herausgeschmissen, weil man Angst hat, sie können sich einklagen. So ist die Praxis in Hessen. Trotzdem gibt es Tausende, die leider nicht entsprechend ausgebildet sind. Dagegen muss ich etwas tun. Letzter Punkt. Es gibt sicherlich viele Fälle, wo Unterrichtsausfall vorliegt. Aber wenn Schülergruppen hier in den Landtag kommen oder sonstige Unterrichtsgänge machen, auch Klassenfahrt, dann gibt es viel zu kritisieren. Aber das ist mit Sicherheit kein Unterrichtsausfall. Das sind nicht die Probleme, die wir haben. Meine Damen und Herren, da haben wir ganz andere Fälle, wo Unterricht ausfällt, wo Quervertretungen geben werden, wo jemand in der Sporthalle ist und gleich zum Klassenraum Aufsicht machen muss. Das sind die Baustellen, über die es geht, wo wir Daten einfallen. Dazu habe ich heute leider noch immer nichts gehört. Ich bleibe dabei, wir wollen hier endlich aussagekräftige Daten zum Unterrichtsausfall. Leider konnten die Regierungsfraktionen das heute nicht vorlagen. Das finde ich bedauerlich. Vielen Dank, Herr Kollege Degen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann sind wir am Ende der Aussprache zum Antrag der Fraktion der SPD angekommen. Es ist vereinbart, den Antrag in den KPA zu überweisen. So machen wir das. Vielen Dank! Hope